Hey Leute, heute soll es um die App Jetcar Stunts für 1,59 Euro gehen. Das ist ein Spiel, was ich eigentlich schon seitdem ich mich an meine iOS-Zeit zurückerinnern kann, spiele. Das ist ein Plattform-Spiel, wo es umgeht mit einem Jetcar, also eine Kombination aus einem Jet und einem Auto, verschiedene Strecken abzufahren, die jeweils, wenn man die Kategorie dann auswählt, nach Plattform, also je nachdem wie oft man runterfällt oder nach Zeit abfahren muss und da eben verschiedene Medaillen sammelt. Dabei gibt es zwei Spielmodi, einmal die normalen Modus, wo man eben nur ein paar Versuche hat, um wieder von den Checkpoints neu zu starten, um danach eben die Medaillen zu kriegen und einen Modus, wo man praktisch unendlich Leben hat, um überhaupt einfach mal irgendeine Strecke zu schaffen, die man schon immer ohne den Medaillendruck schaffen wollte. Das Ganze erinnert mich persönlich sehr an Trackmania, da ich eigentlich auch ein sehr großer Trackmania-Fan bin. Das nur mal so gesagt, aber schauen wir uns das Gameplay einmal an. Ihr habt unten rechts in der Seite die zwei Steuerungsknöpfe für Gas geben und Bremsen und links ist noch ein Knopf fürs Driften und fürs Nitro geben, um eben in der Luft weiter zu fliegen und schneller zu werden. Um das Ganze natürlich noch etwas schwieriger zu machen, ist euer Nitro begrenzt. Dafür gibt es am oberen Bildrand eine Leiste mit eurem Nitro-Vorrat. Dieser wird zwar immer am Checkpoint aufgefüllt, jedoch ist es so, dass man sich zwischen den Checkpoints, und wenn man eine Map zuerst spielt, weiß man nicht, wo ein Checkpoint ist, euch das Nitro gut einteilen müsst. Das heißt, ihr müsst gucken, wie ihr die Sprünge nehmt oder ob ihr zu weit kommt. Und wenn man das nicht macht, kann man die Strecke auch ganz schnell nicht schaffen. Natürlich könnt ihr mithilfe des Drift-Buttons das Flugzeug oder das Auto auch in der Luft bremsen. Das bringt bei schwereren Levels, wie sie hinterher dann auftauchen, wirklich viel, weil man kann nicht jeden Sprung gleich beim Absprung perfekt heimen. Die Level steigen auch sehr schnell in ihrer Schwierigkeit wirklich an, und das letzte Level, was ich momentan versuche, ist nahezu unmöglich. Deswegen wahrscheinlich auch der Schwierigkeitsgrad Impossible. Wer nach diesem Review sich noch nichts unter dieser App vorstellen kann, kann sich auch auf jeden Fall die Lite-Version laden. Da gibt es ein paar kostenlose Levels, die man mal anzocken kann. Ansonsten, das Spiel für 1,59 Euro kann ich wirklich nur empfehlen. Die Grafik ist super, das Spielprinzip ist super, und es geht einfach nur nach dem, das muss doch zu schaffen sein Prinzip. Das finde ich daran wirklich, wirklich klasse. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Abonniert doch bitte, kommentiert, bewertet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.